Wie so hat sich es entwickelt, dass deine Lieder seinen Aurenspäckter zu Disten? Ich muss sagen, sie sind die Befürste-Disten in der Friebe-Welt. Josef Boishekehane ist, ich kann sagen, sie spreche alle Erinnerungen. Sein Morgen gab es einen Weg in der Kälte. Josef Boishekehane kam mit Samir Schieber an, und er hat durchgegangen nach verschiedenen Liedern, die er hatte. Und er hatte keine ungenümmen Nachfinder-Lied. Wenn man erst zu sehen ist, wenn man drei Jahre alt ist, ist mein Mann Jochen in den Heim gekommen, und er hat gesagt, er will nicht in den Sommer schlucken, unsere Kinder. Und ich habe umgekehrt, dass wir in der Wohnraum gefahren wollten. Wo ist mein, jetzt wird sie auch nicht so schlucken. Ich meine, wieso denn willst du unsere Kinder so aufwachsen, ehrliche Jäden? Er pustet sich. Der einzigste Weg, wie du immer wachst, auf geht, ist, ob man schluckt. Und mein Mann kommt mir so auf solche Sachen, ich bin gemein, als Mensch. Also ich wusste, was ist das für mich? Wieso ich eigentlich keine zehn ehrliche Kinder, ob die willst du nicht mehr so schlucken? Er ist dort zu ungehäubt, dort gewähnt der Umfang, von Häuschen in unserer Weg, nach Fahra, viele Leute, die haben vielleicht auch die Kuhlen von der Rosen. Wir sind in Amerika gegangen zum Mischbet, und die Schäufe hat, wo es in unserer Vergangenheit ist, gewähnt, in der meisten Dörten, und sie haben angesehen, dass es Tag der Zürich ist. Ich weiß nicht, dass alle in Schöden malaheich haben, ich will wie gewähnt leucht, aber ich lege ein Lied. Ein Tommer des Chias, mir red mit einigen, was hat geschrieben, die Lieder, wenn man sich dann irre Lied. Das Lied heißt, Rutsen. Das ist der einzige Dissk von Yosef Moishe Karane. Die Nummer von den Dissken, wir sehen, du, der Ille steht gezeichnet, das Zirische Arzt. Ja, Ota Nue, und ich will sprechen mit Yosef Moishe Karane. Ich versuche zwei Minuten wegen der Schöden. Wir haben eine Schreie erzählt mit dir. Sie ist aufgewachsen und aufgehört wird geworden in der chassidischen Sprache, in Kiriastosch. Kiriastosch ist ein kleines Städtel, der chassidische Städtel, wo es ist Du Leib in Montreal, ich bin Yosef Moishe Karane. Sie schreibt Artikel für chassidische Journale, in sich stellen Lgrammen für komponierte jüdische Lieder oder neue Lieder, wo es in der Schule zu singen, in der Schule zu singen. Bei euch, von Musikdisken, bringt das so, wie ihr hat Geert Fried, das ist ein Dissk von Yosef Moishe Karane, in der Werder hat sie geschrieben, für einen Nigen von Jantel Ehrlich, wo es ein Nigen von Jantel Ehrlich. Zwei Werder, wie ihr kennt noch nicht, die jüdische Liga, die Zilbert aufzählten jüdisch für moderne und lebendige Sprache. Es ermutigt Menschen, dass man so leiden jüdisch in einem alltäglichen Leben. Die jüdische Liga gibt uns das Journal, mit Nument auf der Schwede, Werderbücher, Lernbücher, und andere pädagogische Materialien, wo es helfen euch, zu lernen, an einseitig jüdisch. Wie euch erhalten wir gesiedeltige Programme mit drei Persönlichkeiten, wo es bringen euch ein Blick auf jüdisch in einseitiger Kulturen, und geben euch die Gelegenheit, sich zu kennen mit sein. Wir verbieten euch, zu stützen die jüdische Liga, Werder Mitglied und Stütz die einzige jüdische Organisation, alle ihre Unternehmungen auf Mameduschen. Sie sehen alle unsere Produkte, Bücher, Werder von der Worte, Guides auf Liquidis.org, Liquidis.org. Alle unsere friedlichen Programme könnt ihr euch treffen auf unserem YouTube-Kanal. Ich werde bald stellen alle Linken in der Schmiskas. Zagitten, Schifre. Zagitten, Dankbar mich oben du, und ich freue mich zu sehen, allem und du, in Befrata, vor Heimisch, Peinemer. Ich will nur noch eine Frage mit Fragen, kannst du mir das erzählen ein bisschen wegen der Städte? Weil ich meine, es ist öfter eine Teilung, es ist öfter wegen Tosch, aber es ist nicht sicher, dass die Montereoler kennen besser, erzählen ein bisschen, wo ist die Städte? So, noch der Krieg, noch der Scheuhe, ist die Toscherebe, von Ungarn, ist gekommen nachher, kam Montreal, hat er gewohnt, die erste Purjur, und er gehad, habe es medrisch, auf Agastu in Uttremont, was heißt G-Mens, und dort hat er sich geschafft, eine kleine Gehille, und er gewollt öffnen, eine Yeshiva, und seine Chassidien haben getroffen, weil er jetzt einen Platz in Drossen für Montreal, wie man kennt, aufbauen eine Yeshiva, und er gewollt, aufstellen, eine kleine Städte, wo er mit Spruch ist, wo er dort wohnt, und es ist ein bisschen geworden, größer und größer, und er hat auch gelesen dort, in der Yeshiva, so, wenn er in den Kasten gehad, meine Mama kommt von Wilhelmsburg, und wenn er in den Kasten gehad, hat er sich das Gefühl, wie er dort in Wilhelmsburg und er hat sich gebänkt, zurück nach Hause, aber, wenn er angefangen hat, zu bauen, die Taschenstädte, hat er seine Städte gewollt, er hingegangen, mit dem Aufstand in einer Heiligen Platz, wie es ist, ungesündig, in der zündige Welt, so, er hat auch gedacht, dass er herrliche Dier ist, weil in Wilhelmsburg, in Wilhelmsburg, kleine, verstifte Dieren, so, er hat ungetrunken, riesige, herrliche Dieren, mit zwei Kochen, in herrliche, scheine, Platz gewonnen, so, man hat, ähm, mit Messias Nefisch gekämmt, sich wegziehen, von den ganzen Sprachen und alles, in, in einer kalten, verworfenen Platz, und, es hat sich herausgestellt, dass der Städte hat sich gewachsen, und, ähm, man geboren hat eine Schule, heute hat man gehad, zusammen in einem Basement, ein paar Klassen, und, ein bisschen hat man geboren hat eine Schule, und wenn ich auch gewachsen ist, dann gab es eine kleine Schule, auf trailers, also, eine provisorische, nicht, ähm, nicht, ähm, nicht gehörige Gebote mit Ziggel, aber, äh, wenn ich auch bin, in der zweiten Klasse, hat man angefangen zu bauen, eine größere Schule, in Handtisch, und du, äh, eine riesige Binnen, aber, es gab es einen Platz, wo es sei, ähm, äh, eine gewisse Intimischkeit, weil, jeder kennt sich, es gab viele Sprüche, sie waren zusammen, zusammen in der selben Schwierigkeit, jede Momente zum Doktor darf man heranfuhren, eine halbe Schuhe weg, mit der Sonne von der Karte, oder, äh, oder, äh, es gab es noch, ein Taschenbos, das hat die, reingetragen Menschen, zu den Hauptgassen, so, ähm, es gab es ein geringes Leben, von meiner Mama dort, aber es gab es auch, ein größeres Mal, als, weil sie es mehr, äh, sie sah, äh, sie sah, äh, in, äh, in, 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 ähm, in, 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 Torst, wassig, mehr als eine Intimische Platz, hat sie sich getroffen, ihr, ihr, ähm, wie ze sagt man das? Sie getroffen hat, wie du sie bliehen wirst, sie, sie viertun dort nach ganze Organisatien, was heißt, mil钱, die schickt, äh, frische, warme Essen, fähäät, weil jeder, wo eine Mama ein Baby hat, schickt man frisches Essen. Sie darf es nicht kochen. Man stellt es an Menschen, die kochen und Menschen, die gerade nicht ziehen. Ich schleppe in die Tasche von einem Platz zum Zweiten, von der Mama, die es gekocht haben, die Mama, die es gedarft haben. Das ist ein interessanter Überlebnis. Das ist ein interessanter Überlebnis, das ist ein interessanter Überlebnis, das ist ein interessanter Überlebnis. Welche Eltern haben Sie gesagt? Meine Eltern haben gesagt, sie sind in Lame Dvov, sie leben in Lame Dvov, sie leben in Lame Dvov. 76 ist Lame Dvov, ja? Lame Dvov ist 78. Ja, ich bin geboren in April 78. Ja, es ist schwer in der Hinsicht von den Kindern. Es ist schwer in der Hinsicht von den Kindern. Es ist schwer in der Hinsicht von den Kindern. Und wenn ich mich gewinne, auch in 7.00 Uhr als Siewiffel, hat man mich ausgelandet als Schabes. Alle Sachen müssen wir tun, nicht stehen. Eine von den Sachen müssen wir tun, nicht käme, der Hurschabes. Und heute rast man raus, ein Hurschabes, dass man sterben ging. Ich habe mich mit dem, aber ich denke, wenn ich mich gewinne, als ich ein Teenager geworden bin, ich wollte den Stein von Mannen schrauben, wenn ich mich gerne hier verbringen würde, Fratig zu Nacht, dann gesehen, dass er eine Säule im Spiegel gesehen hat. Das ist der letzte paar Minuten von einem Mann, weil er sich verstanden hat. Ich habe vergessen, dass er den Mann an. Ich bin der Elste von 11 Kindern. Ich meine, das erste Kind ist geboren, wenn wir nicht in der Schule gehen, aber in der größten Sprüche ist immer, wenn man sagt, er wird Erebschabbos. Man hat sich immer gejuckt, gekocht, geräumt, gewaschen und alles. In den letzten Monaten gab es die Hand daran, dass man noch einmal hört. Alle waren beim Spiegel gestanden und haben gecheckt. Das war schon ein paar Jahre lang, weil ich nicht gewusst habe, dass ich da war. Das war eine gefährliche Familie. Und so war es, also viele Jahre später, wenn ich weggegangen bin in der Kille, habe ich mich einmal auch weggeweckt mit der Schweiz, weil ich gekocht habe, als sie da war, in der Zeit. Und ich habe noch gehört, dass sie nicht verkämpft und ich bin auf den ganzen Zerrieden unterwegs. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ich habe mir auch gesagt, dass ich da war sechs Jahre alt. Ich habe mir auch gesagt, dass ich da gegangen bin, spazieren in einem Wald, in einer gefährlichen Weinerei, in den Keulen, in den Jungen. Ich habe nicht gewusst, wie das Kind kommt. Ich habe angefangen, zu weinen. Und dann kommt uns ein Platz, wie sie sitzt da. Wie ein riesiges Fass, mit kochtiges Wasser. Und in der Leben sitzt eine Mama mit einer Tochter. Wir weinen beide mit bitteren Tränen. Und dann fragt sie, wo ist das denn? Und die Mama erklärt, dass wir nicht auf der Welt sind. Wir sind nicht geworden. Wir sind in unserer Strufe. Wir sind in unserer Strufe. Wir leben da im kochtigen Kessel, wie sie kocht sich in der Wäsche. Weil, wenn meine Tochter gesagt hat, dass ein Kind, habe ich hier ungetein, nicht kniesige Kleider. Dann dachte ich, dass die Strufe jetzt passiert. Und sie in der selben Kleider, kochtigerheit, in den Laden der Zerf, in denen das für mein Kind. Und das ist bei der sechs Jahre alt, dass man das herangebaut hat. Und wie gefährlich es ist, dass man nicht ins Neues geht. Es geht doch ein bisschen über den Griff, der Hachet, mit dem man auch wächst. Und ich habe nicht gehört, dass ein Schäfer, dass es ein gentle Schäfer ist. Weiß nicht genau. Ein weichartiger Schäfer. Ein weichartiger Schäfer. Ein Schäfer, wo man sich auf ein Ding sorgen darf. Ja, wir haben uns ausgeliehen, dass ein Schäfer ist. Er hat Hans an Zorn. Er wartet an Schäfer. Aber jeder riecht, kann er auslösen an Zorn. Und dann fachet es gut. Und nicht nur das. Jede Kleinigkeit ist gewöhnt, also wie ein Schäfer, als die das Schäfer dienen. Als einer geworden krank ist, sicher wegen dem Virus. Und die sehen, dass viel Regen beugen. Das meint, dass ein Schäfer echt gedacht hat, jetzt machen ein Mabel. Aber weil er das sagt, geht hartiger Schäfer, wird er auslösen. So jede Sache ist gewöhnt, in den schönsten Momenten in meinem Leben, dass man gekannt macht. Als ich sage, ich weiß nicht, für ein besseres Worten, Terror. Als ich sage, always walking on action, als wenn man wagt auf Eier, und man darf warten, und das ist ein Gefühl. Und das ist ein Gefühl. Sag mal, was sind die Chassides, die Chassides, die Chassides, von anderen Chassidesen? Das heißt, ich hoffe, was du suchst, mit der Pachat, wo du gewachsen hast, und alles. Du sagst sie mit den Chassides, oder mit spezifischen Sprüchen? Ich meine, ich meine, es ist eine kombinatie von alle drei. Es ist eine kombinatie von den Chassides, von der Chassides, wo sie so aufgewachsen sind, ist, es muss, es ist ein bisschen mehr extrem in der Hinsicht, aber ich glaube, dass ein Satmer ist auch gewesen hübsch, und ich sage, ich nehme ein Beispiel von Satmer. Und ich glaube, es hat auch gesagt, zugegeben, als ich gekommen, von den ersten Eltern, meine Eltern sind sehr ähnliche Menschen. Und dann haben sie immer wieder alles noch gefolgt. Und ich habe schon gesagt, dass ich mich daran gemacht habe, aber weil sie mich geschickt hat, dass es eine Möse ist, ist jede Sache, wo es mir gesagt hat, dass es mir gesagt hat, dass es mir gesagt hat, weil sie mich gesagt hat, weil sie sich getroffen hat, dass es mir gesagt hat, dass alles das Möse sagt, das ist richtig, verstehst du? Ja. Und die Kinder sind, ich weiß, dass der Tasche Rebbe macht, dass sie in der Die Mutter sind und die Mutter sind und die Mutter sind und die Mutter stören. Das ist die Mutter. Die Mutter ist der Gott. 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 Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Die sind die Stärke, die sind die Ehrlichkeit und die Ehrlichkeit. Die MS kennen das als OCD. Das ist aber in der Welt wie in der Europa. Was ist das? Wie ist das in der Leben der Kinder? Die Strecke, die Ehrlichkeit und Sachen? Nein, das ist nur für mich. Ehrlichkeit und das ist nur für mich. Das ist interessant. Welche Gitte sind die Kindergüren? In den ersten Jahren waren die Kindergüren, die Kindergüren haben. Als Kind gedenk ich, hat meine Mama mich einmal getrunken. Das ist nur für die echte Kindergüren. Das ist einer meiner Süße Güren. Sie haben immer Kontakt mit der Natur, weil ich sehr liebe Natur habe. Sie sind aber nicht sehr safe, weil die Kindergüren, die schwache Kindergüren, die Kindergüren haben, die Kindergüren von der Kindergüren geworden. Das ist nur für die kurze Zeit, die wir heute haben. Sie haben auch einen Park, wie wir getrunken haben. Sie haben einen extra Schaub, einen extra Schaub für die Kindergüren, einen extra Schaub für die Mädchen. Sie haben eine Sache Spiel dort. Sie haben die Güren von dort noch. Sie haben die Güren von dort noch. Sie haben die Güren, die Bärchen, die Grün. Sie haben eine Sache, die Güren in der Natur. Sie haben eine starke Familie. Ich meine, das Leben in den Städten ist irgendwie noch eine positive Sache. Man hat sich ein bisschen Natur in der Natur. Ja. Welche Mädels sind Sie gegangen, als Sie gelernt haben, in der Mädelschule von Tosch? Ja, Sie haben eine zweite. Nein, Sie haben nur eine Mädelschule, Sie haben auch eine andere Auswahl. Eines war der Jünglich, und eines war der Mädel. Ja. Und Sie sprechen auch Jüdisch. Das ist die Sprache. Ja, warte. Nicht nur, man spricht Jüdisch. Wenn ich noch in der ersten Klasse eine große Tübel auf der Wand in der Schule stand da, als ein Wissen, als eine Bibliothek, die Bibliothek, ist ein gefährlicher Platz, ich gehe in viele Äufte, sie suchen, als sie heißt, eine jüdische Library, sie sind geschlossen, sie sind zu suchen, und sie können sich in ganzen Vergiftigen. Ich habe nicht gewusst, was eine Library ist, und ich habe nicht gewusst, sie haben gesagt, dass sie mit einer beten sollen, wo ist die Zeit auf dem Tübel. Aber es war so ein Rennen, der riesige Tübel, die riesige Bühne, und der Library ist ein gefährlicher Platz. Wenn ich ein Schuss hatte, ich habe einen Schuss gehabt, wenn ich ein Schuss gemacht habe, ich habe einen Schuss geblieben, wenn ich ein Schuss habe, wenn ich ein Schuss war, dann war ich ein Schuss, wenn ich ein Schuss gemacht habe, es war ein Schuss, in der Kartei, in der Gitarre zu machen. Ich bin auch mit denen zusammen mit den Schuss, vor einem Schuss. Und wenn ich auf Chassene gehad, ein Jahr zwei später, ich habe ausgefunden, dass mein Mann ist gegangen zu der jüdischen Library, wie in der Himmel geschreit. Und ich allein, wenn ich mich beruhig war, ich habe gewusst, dass es an Taten getrunken wird, so ich habe gesagt, auf einmal, ich habe gesagt, dass meine Eltern sollen nicht wissen, keiner in der Städte sollen nicht wissen, so ich habe das schrecklich gesagt, ich habe gesagt, eine Library, er ging auf den Norden von so einer jüdischen Spuren, aber er ist gegangen, da sind zwar keine fremde Bücher, aber sie wollen auch sagen, viele schreckliche Perzen, man soll gar nicht auf die Library, ich habe immer die harte Sache. Du meinst, die jüdische Bibliothek in Montreal, in der Städte? Ja. Ja, das heißt, sie haben alle, sie vorhin in der Städte zu stehen. Ah, warte, ja, ja. Ist, wenn sie am gelaget worden umgehen, bis sie nicht gehen dort, am gelaget in der Städte? Oder wenn man noch gewohnt in... Was meinst du, Ador hat man noch gewohnt? Na, es geht sogar fahrt im Tequila, in der Tasche, oder in der Tasche, oder in der Junge, in der Städte, und später sind sie auch übrig gezeugt, in der Städte. Ja, aber ich habe keinmal nicht gemeint in Montreal, als Kind. Ich habe nur gewohnt in der Tasche. Also, ich bin geboren geworden in Wilhelmsburg, aber ich habe nur 18 Jahre alt, dass meine Eltern in der Städte nicht mehr gezeugt haben. Das muss man nicht mehr in der Städte. Das muss man nicht mehr in der Städte 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 nicht mehr in der Städte. Das muss man nicht mehr in der Städte nicht mehr in der Städte nicht mehr in der Städte nie mehr in der Städte nicht mehr in der Städte. Du hast nicht mehr in der Städte. Nicht mehrmals, wenn ihr誰 vielleicht von den Achllchen wiederرك mit China��t. Aber die Englisch dachte ich, dass ich immer nur ein bisschen... Da darf man den ganzen Tag sitzen alleine, und man kann es auch nicht auf der Bibel bringen. Aber die Hand weiß ich schon nicht, was ist du. Aber wenn ich immer ein Kind, dann ist es auch ein Kind. Wenn du in der Schule bist, wenn du in der Schule bist, wenn du in der Schule bist, auf Englisch und auf Französisch, weil du hast zwei Sprachen, Englisch und Französisch. Wenn du in der Schule bist, wenn du in der Schule bist, wenn du gewisse Kieler hast, du hast es außerhalb zu lernen mit der Meidlich, du hast es auch auf Semite, ja, es gibt verschiedene... So Tosch ist gegangen mit der Schule auf den Satmer, was man tun ist, lehnen mit der Meidlich in der Chemie. Und in der Schule, ich kann sagen, ich liebe gerade in der Schule, man hat ausgelährend Tatsch von Davonen, man hat ausgelährend gewissen Psyken von Chemie, wenn man gelährend Tatsch, öfter halbe Psyken oder ich weiß nicht, wo es die Gäder gewesen ist, aber jede Woche, man hat uns ein bisschen gekämpft, ich habe etwas getrinkt mit Deutsch, das ist eine gewaltige, ich habe auch eine liebliche Sprache. In Französisch hat man gelernt, in einer gewissen Kiefer, weil die Regierung hat es verlangt, denn jemand hat nicht gekämpft, sich herausdrehen, und nachdem man sich herausdrehen hat man aufgehört zu lernen. Ich meine bis 86. Klasse Ja, in 86. Klasse hat man aufgehört zu lernen, Französisch, später hat man noch einmal getrunken, aber bei uns hat man gelernt, die erste halbe Tag hat man gelernt Jiddisch, Lameda Koidisch, und nach Mittag, nach dem ersten Lunch, hat man gelernt, anderhalben Schuhe Englisch, eher anderhalben Schuhe, und nach anderhalben Schuhe fahre ich Französisch. Ah, ist das, Englisch ist ja gewähnt, das hat man nicht abgesucht in der Mitte? Gerecht, ja. Englisch haben alle verstanden, man wird nicht lernen, man kann auch nicht lernen, man muss 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 nicht lernen, und wo ist das Freude, wenn sie am Schassene? Weil sie doch in der Stadt, und ich verstehe, dass die Sache nicht kann, wo ist das Freude, sie können nicht arbeiten? Das ist eine Frage, also, so, sei das Sachfrauen, arbeiten nicht, oder, oder, ist man auf Regierungsbenefit, handelgezaten ist schon, du auch, und Frauen, was haben, du in der Stadt, eine Stichel, eine Stichel Karriere, so, so, was haben, ein Geschäft in sein Haus, eine Verkäufte, ein Bärsel, mit Beziehungen, und solche Sachen, zu tun, zu tun, was, das habe ich ausgefunden, in der letzten Zeit, wenn ich meine Mama erzählte, dass sie mir, ein herrlicher, peisiger Koch, was sie hat, sich gelassen bauen, ist du, eine Frau in der Tasche, eine Frau, die ich kenn, als Kind, und sie ist gewonnen, als Designer, als Kabinettdesigner, sie hat ausgeplaniert, den ganzen Koch, in der Kurve, ist ein Kabinettbilder, er baut Kabinetts, so, sie schickt da eben die Blueprint von ihm, und er baut das, und er stellt das her. Also, die Geschmack ist auch, von mir, zu wissen, gewisse Frauen treffen, schön, eine Karriere auch. Ja, das ist interessant, das zeigt auch, ich will fragen, wegen der Männer, als der Mann zu sagen, das ist toll, weil es schafft ist, was machen doch die Männer, die Männer sitzen und lernen, sie arbeiten, sie arbeiten, in der Zisruel nicht so schnell arbeiten, aber in der Zisruel, in der Zisruel, in Amerika, in anderen Plätzen, sie arbeiten, aber in der Tasche, ist es anders, wie geht es in der Tasche? Wenn ich auch gewachsen dort, es ist, keinen Kommentator, noch bis jetzt in der Köln, so, wenn ich auch gewachsen ist, wenn sie eine Sache haben, in der Köln, in der Köln, die erste, zwei, drei Uhr, in der Köln, oder nicht in der Köln, in der Zeit, von einer längeren Zeit, hat man eigentlich ein Fach von seinem Namen Lamed, oder etwas, gleiche öfters, ja, das hat geht, als eine unangene Sache an seinen fremden Mann, Die, die nicht gewöhnt von fremden Verspüchen sind, sind gegangen und arbeiten. Gegangen und arbeiten bei der eigenen Company oder wo sind wir zu gewöhnen. Einer hat eine Große, einer hat eine ganze Schihegeschäft. Wo sind wir zu gewöhnen? Sehr interessant. Du hast da Mann, dein Schieder, du hast gewachsen, ja, du hast das Kassel gehabt mit dem Schieder. Bis wann bist du gewöhnt im Tosch? Wenn er zu umgehoben. Ich will nur verstehen, vor dem die Zeiten später wird mir herangehen ein bisschen. Ja, also ich bin gewöhnt im Tosch bis die 21. Ich habe Kassel gehabt, Mann Schiedrich ist geworden bei den 17. Ich war Kassel gehabt ein Jahr später. Und zusammen haben alle unsere vier Kinder im Tosch und noch einmal haben wir die Wege zu ihm. Wow. Und wenn du bist gewöhnt im Tosch, ich weiß doch, du hast geschrieben, du hast auch jüdische Lieder, du hast geschrieben Artikel, und die Journalisten, wie Meiles und andere, wie muss man das sagen, wie müssen wir die Niedi-Schaffung? Wir müssen die Zmeidl schon oder nicht noch ein bisschen zu tun? Das ist eine gute Frage. Zmeidl habe ich sehr mit Gatzelainen. und meine Mutter hatte das Schafkele mit jüdischen Licht, ich habe ausgeleint alle Vorsetzungen wie noch gekannt etwas Interessantes habe ich die meisten Journal des jüdischen Lichts, ja? ja, ja und auf dem ist auch eine Geschichte wenn jemand in der 6. oder 7. ich bin nicht genau sicher, ich habe es in high school hat man geholt nach größer Drusche in der Schule in der Covid-19 hat man geholt nach größer Drusche als wo ist das in der nächsten Drusche in der nächsten Drusche hat man geholt nach Rhein also wie eine Rheine kriegele-Oil hat man geholt nach Rhein von der Spur, von der Thema und sie hat auch gesagt eine ganze Schär mit der ganze Pilpel wie gefährlich sie ist die Englische Sprache als nicht nur dass man nicht allein ein Englischer Bucher nur wie soll die Sprache allein wenn die Rheine wenn die Rheine hat sich ein paar Spur sie verschmiert dann schon in so eine Tiefigkeit also wenn die Gedenksmene die Sprache aber die Thema ist noch dort sie bringt Masses mit Reyes mit Sachen also ich weiß, dass mich es bei Neman als ich in der Heine aber ich weiß, dass ich gerade kann zitieren Sie kann Englische Bucher wenn ich bin für ein Zaire auf dem Mestiv aber ich habe gerade die Sprache und sie hat ja auch geleinnt Englische Bucher ich habe mich nicht mehr auf mir als ich gehe ihr geben wie mehr interessante jüdische Bücher von Inselhaus ihr aufzuhalten wie mehr von den Englischen Büchern ich habe abgegeben Schuhe sie treffen ganz andere Vorsitzungen ich habe geborgen von einem Mima Vorsitzungen ich habe auch gesitzt in Dortmund zu suchen ich habe mich so reingelegt ob sie hinten ihnen schon machen sie haben sie haben schon immer gegeben sehr arzt zu anderen Menschen ja ja ich habe das auch bei den Liedern wenn du den Lied hast du den Lied das ist die Schlüssel zu den Arzt das ist sehr interessant wenn du den Liedern schreibst den Liedern ich habe sehr bei Glück dass ich die Karriere weil in Tosch ich wollte nicht ich habe gekannt wie ein Plan zu schreiben von den Liedern aber ich habe angefangen zu schreiben als Gramm und habe viele herangeschickt zu den jüdischen Licht als Gramm als Meidl ich habe sehr lieb gar zu schreiben Gramm in einer von meiner Kräuven hat gerät zu den Prinzip und dass man alles finde cool also so wie jede Uhr macht man ein Spiel für Meidlich in 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 high school da hat man gemacht jede Uhr ein Spiel wo es nur die Eltern sind die kommen und sagen ich nicht die Männer nur die Frauen sind die die spielen und jede Jede ist eine andere thema einmal von Männer einmal von Schwinden Jede muss eine andere thema in der Träuven war noch die man alles gesagt das die weiß die kennt wetensch verklein so schrauben ein Lied für das Thema des Spiel ist man heller hat sich gezweifelt sie wollte sehen wussere Sachen geschrieben zu sehen sie zu teuk teken und ich meine das man kräuvertige wissen eine von meinen Gramen und das ist gerade gewesen an Gramen geschrieben wegen Duda Melech es hat sie mich gegeben die Aufgabe zu schreiben ein Lied von Duda Melech das war mein erster Lied und ich bin überglücklich und ich habe eine interessante Geschichte mit dem Hohet Ich habe angefangen zu schreiben das Lied ich habe zu tun und ein fremmer Mekar von wir kamen an Nigen von jedem Mann und Lieder ich habe angefangen zu schreiben und habe die Lieder schon gemacht und meine Schwägerin ist immer glücklich mit der Qualität des Lieds und sagen Freilich das ist so gelungen aber ich habe immer einen Riders Block ich habe einen Stock im Mitten Ich habe einen Motto und ich setze mich herup und ich will schrauben weiter und jeder ist geschlossen und ich war still in der Nacht und ich geheizend sink und ich wasche mich aus der Gluz und wie ich halte mit dem waschen und finde Hitz von Wasser hat so gegeben auch das zerbrechte Gluz der Gluz hat gewonnen weich zerbrechte Gluz auf meine Hände in ungeschnitt nach kleinen Stikel für meine graben Finger und wenn jemand zu verrechten und machen stitches sucht man der Doktor die weiß ein Tropical Wasser was die verlorend an Hand weil du bei den graben Finger ist der Tendent macht den ganzen Finger keinen riden und der Tendent wird ruiniert dann muss was hat von der ganze Hand die kann sich halten Kaffee oder Dein Finger fehlt aus jeder Sache mit Hand was du hast keine Hand mit was ist mir der Mann finde was meine Lehrerin in school als sie kamen an Schuch zu säufern und haben gesagt wie lange ich habe eine Hand habe ich die Nächste Tag hat er verlor seine Hand weil er verlor seine Versicherung in Maschäfer als sein nicht in seinen ist Familie wenn ich hatte die Sache die Doktor hat mir gesucht habe gedacht jetzt verstehe ich schon was zu geschehen die ganze Sache weil ich verlor mein blick alles in der Hand von Schäfer und ich habe gedreit zu machen mein Lied und ich ploge mich so stark und ich meine ich meine ganze Kredit und alles berlangt von mir aber es ist ein Lied im Himmel Ich dachte ich Wauw Wie hat sich das entwickelt, dass deine Lieder sind in der Reinspäter zu Disken? Ich muss sagen, sie sind ein paar Wissen Disken in der Friemewelt. Ich kann sagen, alle erinnern, nicht nur einen, der so etwas dein ist. Nicht nur ein Liebensschmelzer, der so etwas modern ist. Er hat einen Gelegenheit in deine Lieder. Und auf viele gewisse Disken steigt eine Nummer. Wie hat sich das entwickelt? Das ist eigentlich geschehen, dank dem, was seine neue Gäserlagerie weggefunden hat. Wenn ich mich auf Montreal wohne in Uttermann, in der chassidische Gegend, und meine Kinder dann noch gegangen in der chassidische Mäustis, ist, ich habe so viele gehalten, ich komme zu mir in Schieberan. Und er hat schon gehört, das Routenlied, das wir früher gehört, hat er schon gehört, ein paar Tage, weil eine Frau für Monsi hat gearbeitet mit mir, zu probieren, sie hat sehr gewollt, dass meine Lieder so werden, publiziert auf Disken. Und sie hat sehr stark auf die erste Lieder rausgegangen, in einem und Düsseldorf rausgegangen, hat sie gesagt, dass sie so viele Leute aussehen. Also kann man sehen, wo es noch ein Lieder, ich habe bei mir, weil ich kenne jetzt mehr von dem. So ist jemand zu mir in den Stieb, und er hat auch gegangen nach verschiedenen Liedern, was ich gehabt habe, und er hat keine ungenämmen Nachfine auf Lieder, und er hat das publisiert. So ich bin sehr glücklich, weil ich habe schon damals gewusst, als ich gelaufen ist in der Gäle. Und ich habe sehr stark gewollt, fahre ich gehe weg von der Gäle, sondern publisieren meine Lieder, weil ich kann mich aber angeln, wie mein ganzes Herz in der Schuhe, in jedem Lied. Aber nicht nur, wo ich es so gewollt habe, als es so sein, dass es so rausgegangen zu der Welt, aber wenn ich meine Wegegang von der Gäle, ist es gewesen eine Zeit, nicht so wie jetzt, wo es jede zweite Maschproche hat, Kinder, was gehen raus. Das ist es gewesen eine seltene Sache, wenn man geht weg von der Gäle, nicht nur, dass es gewesen ist, sondern nur, dass jeder, wo es eigentlich weg von der Gäle, hat man erzählt von dem Öl, dass man sagt, na, jener ist da mal schiege, oder jener ist da mal auswürfen, von dem ist er weggegangen. Es ist, kein normaler Mensch geht es schon weg. Es ist ja schon sein, dass ich da gewollt, aber wenn ich keinen verdrehen kann, kann ich keinen, als, oder als ich bin, ich bin nicht ehrlich, weil die sechs davon die Lieder, wie stark, habe ich jede Sache ernst gemeint. Die das, alle, die das wissen wegen mir, hast du schon in der Lied. Ich sehe es, dass ich bin nicht ganz ein bisschen generieren, ich bin nicht ganz ein Auswurf. Ich habe gefühlt, dass ich mich so, dass du es mit Aranziglen in der Historie, als, als, alles, was ich will, muss man wissen wegen mir, fahrig bin ich weggegangen. Verstehe? Das ist ja, das ist ja ein gewaltiger, ähm, es ist ja ein gewaltiger Bruch von mir, als ich kann passieren, von der Weg. Ich habe doch eingestellt, in der Schmisskessel, der Lied. Das ist Kiddush Hashem. Das ist ja ein gewaltiger Bruch von mir, das ist ja ein gewaltiger Bruch von mir, das ist ja ein gewaltiger Bruch von mir. Das ist ja ein gewaltiger Bruch von mir, mit meiner Schmisskessel zuerst. dass du mit mir in die Künste zuschstest. Und du r bist ja ein gewaltiger Bruch von mir. Wir können sehen, weil wir nicht beweisen auf den Ökran und ich will das Zügen der Ölern, welcher der Lieder seinen Dane ist. So, erstens, wenn alles kundet, was er nicht ist, warte. Ich suche weiter, wo sie Dane ist. Atmosai? Ja. Daagela? Ja. Noch heimes aiaizek? Daagela? Daagela? Ja. Daagela? Ha! Daagela? ... ... ... ... Das ist eine lange Geschichte, die wir kennen jetzt nur drei Tage. Das ist eine lange Geschichte, die wir kennen, die wir kennen, die wir kennen, die wir kennen. Das ist eine lange Geschichte, die wir kennen, die wir kennen, die wir kennen. Das ist eine lange Geschichte, die wir kennen, die wir kennen, die wir kennen, die wir kennen. Das ist eine lange Geschichte, die wir kennen, die wir kennen. Ich weiß nicht, dass ich mich für jeden Tag will, aber ich kann mich umfangen, Frieden und sonst nicht mehr so lange. Ich bin immer glücklich, wenn ich gesagt habe, ja, und ich bin immer aufgenommen von einem Schlüssel, und ich habe gesagt, bitte nicht, als mein Mann geht mit, weil es nicht gewohnt, dass es nicht allein ist, weil es nicht nur Menschen kommen und gehen ist nicht gewohnt, dass es nicht gewohnt. Ich kann nicht mehr verstehen, wie es das ist, weil es nicht gewohnt, dass es nicht gewohnt. Die ganzeафische Geheimen in Kiriastos showed ich, dass ich gewohnt habe, dass ich geschützt als Schöfte leben kann, aber ich habe gesagt, was ging am yapmış. Ich habe keinecję, als ich nicht gewohnt habe, dass ich aufwachsen habe, und es würde später noch herausfinden. Ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, dass mein Mann in der Familie gekommen ist und meine Mann mit Tschöken kam. Ich habe mich nicht begonnen, als ich mich begann, wie ich einen Menschen gedacht habe, Aber mit der Zeit hat der Dain beschlossen, dass es nicht eine gute Idee ist und er hat gesagt, dass wir nicht aufhören zu trinken sollen. Ich weiß nicht, wie schnell alles zusammen ist. Aber das ist nur ein Beispiel, wie war es so extrem ernst. Man kennt ja nicht viel mit solchen Sachen. So, wenn man erst zu sehen ist, wenn man drei Jahre alt ist, ist mein Mann Jochen nach Hause gekommen und er hat gesagt, dass er nicht im Sommer schlucken will, unsere Kinder. Und ich habe umgekehrt, dass wir in der Lwona gefahren wollen. Wo ist man jetzt wirklich nicht so schlucken? Wieso willst du unsere Kinder so aufwachsen? Ehrlicher Jäden. Von mir, wenn ich noch sage. Kleiner hat meine Lehrerinnen schon ausgeladen. Als ob man den Hals zurück steckt von dem Kind. Das ist einfach klar in der Nachricht. Ich weiß nicht, ich bin gleich wie ein Mischli. Ob die Hals zurück steckt von dem Kind, meint er, du hast fahren dem Kind. So, die Lehrerin hat uns gesagt, dass jeder, wo deine Eltern schlucken, dich. Das meint er, sie haben dich lieb. Die Lehrerin hat uns gesagt, ob deine Eltern dich nicht geschlucken, weil du auch gewachsen hast, wilde Gehe. Das ist eine gute Sache. Der einzige Weg, wie man wächst auf geht, ist, ob man schluckt. Und mein Mann kommt mir schlucken. Das ist eine Sache. Ich bin gemein als Mensch. Was ist das für mich? Wie soll ich eigentlich zehn ehrliche Kinder kennen? Ob die will sich nicht mehr so schlucken? Ich bin gemein als ich gesagt habe. Ich bin gemein als ich nicht in der Zwur, aber eigentlich ist das eine Sache. Du wirst halt bis sechs Jahre lang nicht schlucken. Man muss auch viele verpätschenden, man muss auch viele spoilenden. Die machen die meisten bequem, die man kennt. Weil die meisten gescheitenden Kinder sind in der Zukunft. Das ist eine gute Sache, die Menschen in der Zukunft sind. So, einmal habe ich gesagt, dass ich meine Beruhigung habe. Ich habe mich geduldet, um auf einmal zu lernen. Okay, das muss ich gewinnen. Ich meine, ich werde doch auch die beste von unseren Kindern. Ich will nicht, dass wir das auf die Sache schlucken. Es ist dort zu uns geholfen. Wie sagt man das? Das ist das? The beginning of the end, wie man sagt in Englisch. Dort ist der Umfang von Toschen und der Weg. Nach Fahra, viele Leute, die haben alle geholen von der Rose gehen. Weil einmal die Sachen, die ich mir gewöhnt habe. Das ist nur ein Weg scheich. Alle anderen Wegen sind. Oder bist du da zartig, oder bist du da russisch. Du kannst schimmen, grey. Es ist schwarz oder was. Einmal hat sich ein geöffneter Fenster, dass es andere Wegen gibt. Wie soll ich zu sagen, ein Ehrlicher Yid? Es hat sich angefangen zu tauschen mein Leben. Es hat sich angefangen zu sehr stark als ich mich zwischen mir und Anhiehelle. Weil die Menschen in mir sind alle gegangen, mit den Behörden zu gehen. Und ich habe das angesehen, als sie das malen, in treffen, wegen, weil sie geringer und besser für die Kinder machen. Und das wird helfen, dass sie dann wachsen, mehr gesund sind. Und dass sie dann noch mal ein besseres Leben leben. Für mich ist es ein Stück. Es hat sich gepflanzt, ein neues Fundament für mich. Für mich ist es mehr independent. Selbstständig. Es ist ein Umfang. Es gibt verschiedene Kleinigkeiten. Es geht nicht an diese Kleinigkeiten. Es geht an ganz große Sachen. Man wollte die Gewalt verändern in der Weg, wie man sich mit den Kindern und sie sollen besser sein für die Kinder. Es ist auch nicht so ein Dreck. Die Menschen, als Schabbos, als man gewusst hat, als Kindertatsch nicht kann man sagen, was hat eine Batterie. Die hat eine Zülle, was macht eine Lärm. Man legt es weg, Schabbos hat man nicht die Sachen. Und meine Mutter hat mich gefragt, als ein Kind weint und er will hoffen seine Zülle, wo ist er auch nicht Schabbos? Die lieben die Schabbos in der Gefährdung. Die lassen sich nicht enjoyen seine beste Toys. Und er hat mit den Augen gewusst gewusst, als die Schüren suchen, als bitte, bitte, wenn man mit zwei ist nicht, du kannst ein Problem für ein Kind zu tun, was für Eltern nicht ausgehalten. Es hat mich gelassen. Ich habe mich gelassen. Ich habe mich bei den Schreinern in meinem Leben mehr und ich kann nicht das Gefühl hören, als einer spielt sich mit einer Lärm. Es ist eine gefährliche Familie, aber die Familie ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist nicht so. Es ist eine Sache, die sich geboten. eins nach der anderen, was hat mich gemacht, umfangen zu werden, sei selbstständig, was ich darf machen, ich kümmern, was andere trachten wegen mir. Ob ich fiel, das ist richtig. Es ist ein ehrliches Ziel. Und inzwischen ist es geschehen eine ganze Krass, eine ganze Machu gegen meinen Mann. Weil Menschen angefangen zu schmissen, er hat seinen eigenen Weg, er hat Sachen, die nicht ausgehalten in Kyrgios Tosch. So, wir haben angefangen zu reden, und er hat auch verschiedene Menschen getan, weil er hat Sachen, wo es der Bresler, was niemandem lieb gehabt hat, er hat, wegen Bresler, was erzählen, was zerstört sei, er will nicht mehr so erzählen, solche Sachen. Menschen, wo sie die größte Magie des Schiedern in Wortzugern, in Kyrgios Tosch, und sie haben sich gefühlt ein bisschen, als wenn die Mama kam, er hat sich zu erzählen, jeder ist so interessiert, sie hören, was er hat zu erzählen, er hat Geschmack, Sachen zu erzählen, interessanten zu erzählen, und sie haben verloren, seine Eile, muss sie zu erzählen, ist gegangen, sie haben mehr interessante Sachen, sie gewonnen, er hat verschiedene Menschen, die sich alle zusammengenehmen, und sie haben zu erzählen, dass sie keinen Puter werden von ihm, und er hat aufgestellt, eine große Plakate mit Möderisch, und er hat gesagt, dass sie ein Mann zwischen ihnen versammelt, das Herz ist von der Jugend, und die Plakate ist er aufgestellt, in ihrem Kippur, wenn sie riesige Eile, was sie sie kamen, die Gasten, aus Amerika, aus dem Großart und England, sie kamen alle Menschen aus dem vorigen und sie kamen zu erzählen, die plakat, in sie geschrieben, wie sie ist, sie habe nur gelieckt, ein Bild von Google, mit Schaitel, so haben wir darauf gestellt dass der der Mensch ist kursiert bei Mama, er redet für den Zahnerswurm und der Mensch, der geht in den Schub mit der eigenen Hür, ist er, das geht in den Scheitel aber das ist gut, dass wir redet erfen so der Moment, wo es mit angefangen zu reden, als wäre das Ding, was wir redet auf dem Plakat ist geworden ein ganzer Geschmiss in Schiel zu gehen eine Sache mehr der Impact der Geurem, wie soll man es es hat mir gelungen zu beschmutzen, Mama, weil man es nicht gleich genommen hat, weil man mal geschrieben hat und jeder hat sich ausgelacht, jeder hat ihm lieb gehabt, aber noch mal, man macht das ganze Mysterium, man macht das ganze eine ganze Zähne, ist jeder zu reden, so von einem Tag auf den zweiten, wenn es an, der Zähne in Besmetrich ist, ist von dem anderen Tag keiner hat nichts gehört, keiner hat nichts gehört, keiner hat nichts gehört, keiner hat nichts gehört, jeder hat gezittert, dass er auch in Zähne in Zähne, so hat er auch in Zähne, so hat er auch in Zähne etwas zu tun mit ihm was er angefangen hat, dass er umgebracht hat, dass er eine große Heiligkeit ist von seiner Zähne, von seiner Zähungskraft sie geworden sie geworden sehr verdreht sich depressiv mit allen Nachfolgen und sie sehen, dass sie dort leben und sie werden weit juste angekommen, sie sehen, dass sie lange in der Welt kennen, sie wissen, dass sie gut nicht von der Welt ist, meaning sie gar nicht mehr wissen, dass sie im Montréal 것처럼 Menschen nur in Montréal kommen. Sie wissen, dass sie lange Zeit ohne Liebe haben, dass sie die Marionisse machen können, und sie versuchen die Menschen, die helfen im Montréal zu werden. Sie sehen, dass sie lange Zeit vor allem in Montréal gab, Und wenn wir noch mal auf dem Material haben, haben wir gesagt, dass wir endlich ein neues Leben haben. Meine Kinder waren in Chassidische Geheide, und haben sie gesagt, dass sie die Hochdruf im Material haben. Sie sagten, ja, du... Aber was das? Es ist nicht so, dass wir die Kinder schlucken. Es ist so, dass sie gesagt haben. Das war die nächste Woche. Sie sagten, wir haben sich schon geswhile Tage gehalten. Die ersten paar Wochen war der Nachweis, am Ende. Sie thiessen sich gleich an das, das sie zählt. Aber wenn sie sich gehören, wenn kümmern sie noch um die Heimat, es ist die Nachweisungen. Die Nachweisungen sind schlug. Der Nachweisungen zu Hause kamen wo sie aber verweilen sie und sie haben geblieben. Und sie waren geblieben. in der Heimat wurde geschluckt. Ich weiß, dass sie als Mensch sind. Ich habe ungeklinkt und die Menschen gesagt, nein, das ist doch nicht. Die Kinder sind gewöhnt, weil sie es eher füren, jeder ist gewöhnt, sie haben sich kontrolliert, sie haben sich geholfen, sie haben sich geholfen. Ich habe geholfen, ich habe geholfen und ich habe eine Eise gemacht, dass sie wissen, dass sie mit einem Mann nicht mehr zu können. Das ist nicht das. Das ist das, das ist die Perfektorin. Man hat sich nur einen Schluck rechts auf links geholfen, und mein Jingo hat gebeten und er hat sich geholfen, dass sie mit dem Knie ist. Ich habe keine Ahnung, warum es so etwas andere sein wird. Ich habe keine Ahnung, warum es so eine Eise geben, ich habe kaum sich hergezogen. Endlich, noch peinlich, mein Jingo hat sich nicht Er kam zu Hause mit dem Tag, und das ist es, ich habe gesehen, dass ich es nicht kochen muss. Er hatte den Courage, zu wegläufen, das ist der letzte Streu, was ich gedacht habe, zu suchen. Ich weiß ja, ich weiß nicht, ich schicke ihm die Schmerzen, ich schicke ihm nicht mehr, ich habe den Abuse, wie man schluckt in die Kinder, ich kann mit dem Treffen einen besseren Platz für ihn. Ich habe es nicht gewusst, dass meine Telefon-Line einfach gehalten hat, sie haben gehalten Kontrolle, sie machen sicher jeden Tag, was ich habe im Plan, sondern sie können eine verarbeitete Masse machen, was sie sonst nicht passieren. Das ist ein großer Threat, ein großer Schreck für die Kinder. Ich habe es nicht gewusst, weil sie nicht einmal fahren können, dass die fremde Bespüche rauskommt. Bis dahin, dass man immer gekannt hat, Menschen, dass sie nicht möglich sind. Einmal, dass sie eine Kasse haben, bis sie geendet sind. Die Leute sind weg von der Kille, die Kinder sind beide auf der selben Seite. Es ist scheiße, dass sie sich sagen, dass ein Mann und eine Frau, wenn sie sich zusammen zusammen arbeiten, von der Weggang von der Kille sind. Sie müssen uns sicher machen, dass jeder Schritt auf der Weg, jeder Stein der Leber zu drehen, dass sie nicht passieren können, dass sie eine Sprache zu gehen können. Also, sie haben alles, was sie kennen, sie haben geschickt, die Polizei zu montieren, sie haben gebraucht, sie haben gebraucht, sie haben gebraucht, sie haben die Polizei gehalten, und dasFilm ist die Physikerin, weil man ich nicht verlassen kann. So, ich habe getragen, dass die Polizei gehalten hat, sie haben eine klingende Möglichkeit, so geht es nicht, sie sind nicht alle, sie wissen, wie sie willen. Sie haben gesagt, dass sie nicht so finden, weil sie, sie kennen, dann können sie einfach zurückkommen, die Kinder auf die Tosche, die Menschen zeigen, die Papi soll sie beherrschen. So, wenn alle Menschen das selber haben, die Kinder sind die Teil der Sache zu sprechen, die Kinder sind die Zukunft, So, es wurde scheinbar, meine Kinder hat man nicht gekannt, weil wir in die Polizei sind gekommen und haben sich in den Karim gesehen und haben gesehen, dass meine Kinder in der Bibel sind und haben sich nicht gekannt, dass sie aufhacken und gesagt haben, dass sie keine Arbeit mit ihnen sind, dass sie keine Dusche haben, sie sehen, dass sie keine Routine sind, sie helfen zu treffen, wenn sie eine Mäuse haben, und ich habe nicht gewusst, wenn sie dann umgekommen zu mir haben, habe ich noch nicht gewusst, aber später habe ich angefangen zu schmecken, Es dachte sich, wir arbeiten zusammen mit der Kihille, weil du in Montreal, du hast zwei Chalukken in den Child Protective Services, du, der Französische und du, der Englische. Der Englische ist nun verbindend mit den jüdischen Kihillen, weil meistens für die jüdische Kihille sind die Englisch-Rettende, und mit den Taschenäulen, was weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, die englische Organisation, die sekuläre Organisation in Montreal, zu wem reden sein, zu den Menschen, zu den Unfilchern dort, so, anything, was sie dürfen, bei den Child Protective Services, ist nur ein geringer Weg, so dachte ich, jetzt, jüdisch später ist es ein bisschen anders, aber damals, es gab es eine sehr gute Sache, als sie haben gedacht, etwas zu wissen, wegen mich, wem haben sie gefragt, sie haben gefragt, so sie haben gesagt, wie sagt man das, ein ganzer klick mensch, sie haben nicht gearbeitet, gearbeitet für mich, sie haben gearbeitet gegen mich, sondern haben gekauft, sie haben gecent litze, sie haben, sie haben geguckt, auf der Cellular, als sie dann Americans, te zastastate, haben auch gepäst, die cellular stehlenheit, und haben auch angekalt, verschiedene, ich hab endlich getroffen, verschiedene Beispiele, zu fragen, dass sie kennen, ohne mein Kind. Ich hab getroffen, die jüdische, um, Day School, um, diezeit so, so, und dann haben gesagt, sie haben gesagt, so, Aber dann kann man die Kinder wieder interviewen und sehen, wie sie halten, welchen Niveau. Dann haben wir alles vergringend. Dann haben wir gegeben, die Tourer zu fahren und fahren in der Schule. In meinem Glücklichsten Tag in meinem Leben, Gidsmann, Gassenennacht, ist gewähnt, dass wir die Kinder gekannt haben. Meine Kinder, endlich gehen. Wie ist das? Wie kennen sie an Kinder? Wie kennen sie an sich allein? Wie kennen die Sprache für das Land? Wie kennen sie spielen, Sport? Wie kennen sie an Arzt? Alle Sachen, die sich in der Schule haben, haben sie nicht gehabt, wie sie machen und passieren, in der Schule. Das ist die Arbeit der Arzt, der meistens. In Norden gibt es einen Kontakten, die Sachen sagen, dass es schon mal ist, dass es nicht so ist. Das ist die Arbeit der Arzt, die Kinder. Das ist gewähnt, in 2009. Wow. Es ist ein Kontakten. Sie schlugt noch. Sie schlugt noch. Sie sind nicht alle Moises, sie sind nicht so stark und bla bla bla, aber es schlugt noch. Sie schlugt noch. Sie schlugt noch. Sie sind nicht so stark für Menschen. Sie wünschen sich auch wie ein Moises, wie ein Kehle, wie ein Platz. Das ist ja so. Mit diesem Thema vielleicht geht es noch ein bisschen zu sagen, weil ich weiß, wie sie in ein Gericht gehen, die mit einem Mann, was steht im Spruch, gegen die Moises. Wo ist das gewähnt, wie ist das mit dem Gericht? Ich will wissen, wie kannst du die Zahlen ein bisschen nehmen? Ja, so ältliche Jungen, nachdem sind wir weggegangen von der Kehle, in unseren Kindern, in den Gästen, in Nischkar-Karaitische, ist, habe ich mit einem Mann gegangen, zusammen zu einer Law-Firm, sie machen einen Lawsuit gegen den Government, weil die Mann hat nur einen suchen, als sie nicht kann. Die Sache geht nicht. Man rupt weg von Kindern die Gelegenheit, sie haben basic skills in ihrem Leben. Sie kennen die Sprache von dem Land, die jünglichen Geiger lehnen man gut. Meilig hat mich auch ein bisschen gelernt. Die jünglichen Geiger lehnen man gut. Die jünglichen Geiger lehnen man gut. Nicht nur zu reden zu einem Taxi, zu einem Doktor. Basic Sachen. Es ist eher gehalten, als man darf obentan das zu der Regierung als sie haben die Gesetze im Platz in seinen vierten Schuss. So, wir sind gegangen zu einer Law-Firm, wir sind im Ungenommen und sie haben gearbeitet als Sachjur auf dem, ich meine, von 2016 bis 2018, 2019, wenn es noch angefangen hat. Ich denke schon, ich bin glücklich, aber sie haben gearbeitet als Sachjur zusammenzustellen, und ich getece Case, herauszubringen, als die Regierung, die Regierung steht nicht der Pflicht. Sie haben gemacht ein Gesetz, dass jeder Kind hat das Recht, sie haben basic education, sie machen sich blind zu dem, was geht vor. Sie ziehen paar Tausende Kinder. Und ich habe aber warte, ich bin ein Introvert, ich habe nicht lieb zu tun, als ich sage, was ein Controversal und ich kann nicht lieb zu sein in der Zeitung. Ich habe gesagt, dass ich nicht gar kein Geist zu sehen, aber ich habe gedacht, was für ein Recht habe ich zu schlucken bei Nacht, wenn ich so viele Tausende Kinder lasse, und meine Kinder haben eine gute Education und eine gute Leben, wir nehmen jetzt Mieschangete, das darf ich schon unterstehen, und das darf man als Team machen, heilig, wo sie sich kennen, sie helfen, alle anderen Kinder. Und wir sind in Amerika gegangen zum Mischbet, und die Schäufe, was in der Vergangenheit ist gewesen, in den meisten Seiten, und sie haben eingesehen, dass es zu ist, aber der Prozess von der Mischbet hat gedauert, ein Stück Zeit, so, in der Zwischen hat die Regierung schnell, durch das Ziel gehalten, herzustellen, verschiedene Wege, wie soll sie raten, wenn es ein Case war, es soll nicht sein, ein Case, wo man die Regierung nicht gut ist. Der Mischbet hat sich geendet, man hat uns nicht gegeben, wenn sie nicht gehandelt, so, die 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 So, warum haben wir das so gemacht, weil die Sachen, die Sachen, haben wir getauscht, dass wir das gemacht haben, und keiner hat sich gekümmert wegen dem, keiner hat sich getauscht von den Kinderbildern, so es hat einfach so geriert. Wir wollen die Sachen, die Sachen verbessert werden, aber alles hat sich getauscht. Wow. Und ich weiß, dass es in anderen Ländern auch gibt, in Österreich und in Amerika ist es umgekommen, in der New York Times ist es beschrieben, auf dem mit der Jürgzehrig, zwei Jürgzehrig, hat mir so auch die Gang in den Gericht, und in allen Plätzen sind der Gericht, der Medina, der 30er Osten, der Government, der 30er Osten. Wow. Und in der Emerson ist mir auch gar nicht gegen die Kirche, sie sind gegen die Klepp, gegen die Sachen, mit der Düsseldorferung. Keiner will nicht wegnehmen, wenn die jüdischen Kinder in der Stadt findet. Ich kann es sagen, wenn ich so viel von unserer Seite in Zimbabwe gegangen bin, ich will in die Publix gehen. Ja. Ich kann es sagen, man kennt einen Ehrlichen, man kennt die Basic-Education, aber das Problem ist, dass die Kontrolle, die sie in der Hand haben, gleich bin ich als Menschen, die ein Fenster für die Welt haben, und sich lassen und ziehen bei der News. Wenn sie nicht wissen, was in der Welt geht, und sie weiß, wenn sie mit der Basic-Rechnung sind, dann muss ich auf der 3-Ein-Gabwe, und einmal, wenn sie keine Education haben, ist das schon... Ich weiß, bei den Feiers ist nicht so, dass sie die Gitter-Dechte geben. Ja. Und in der Episode muss ich gerät. Ich meine, dass... In der Zinsen, die Welt, die Welt, die Welt, wegen der Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, auch in den Englern, nicht in der Welt. Weil sie sagen, sie sind alleine. Ich meine, das ist ein Verständnis. Wenn ich alleine nicht möchte, kann ich es kontrollieren. Aber wenn ich die Gericht habe, dann kann ich die Gericht lernen. Und dann kann ich es schicken. Ich meine, das ist ein Zibis, ein Mensch, in sich allein. Hoffnung. Wenn du willst, kannst du in der Chat ein Link zu so ein Video, ein Dokumentary, was man gemacht hat wegen der Lawsuit. I know my leaving, the community, has brought dishonor upon our family. I know you are disappointed Sie sind unbegründet und schuldig von mir, von uns. Bitte wissen Sie, dass ich nie unser Leben liebte, aber ich hatte keine Wahl. Als Vater, musste ich sicher, dass meine Kinder eine Schule beendet haben, die einen Tag die sie lernen würden. Ich wollte sie besonders beendet, um ihre Träume zu erreichen. Ich wollte sie auf einen YouTube-Kanal einstellen. Einer will verschiedene Videos sehen, wie du siehst, die Lieder und andere. Auch dein Patreon-Adress. Ich meine, ich will dort auch... Ja, erzähl mir ein bisschen wegen der Patron. Wus leidst du dort darauf? Auf Patreon habe ich... Bis dahin ist es gewesen, dass man gedacht hat, was zu ungelt. Aber Patreon hat getauscht, dass man keinen Followern auf jeden Fall sieht. Und ich stelle darauf, heute ist gewöhnlich zwei Videos oder mehr. Das ist auch auf YouTube, aber es ist nicht auf YouTube, nur auf Patreon. Ich hoffe dort auch, dass alle meine Artikeln für die Vorwärts geschrieben haben. Ich hoffe dort, meine Lieder. Auf Patreon ist es auch eine Plätze, die mir geht. Was steht über. Dort sieht man alle Sachen wegen mich. Und dann hast du eine extra Plätze, die Collection. Dort kannst du sehen, alle Folgen, die kannst du schon jetzt checken, wie die Artikeln von den Vorwärts, die Lieder in vergangenen Videos. Ja, und wir kennen doch auch die Stützen, dass eine will stützen deine Arbeit. Ja. Ja. Ich will auch die Linken wieder einmal für die Jüdisch liegen. Als eine will später sein, die Unternehmung noch einmal, wird das gerne sein auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Webseite. Die liegt für jede Stadt auch. Die liegt für jede Stadt auch. Ich will noch eine Zeit für die Welt, aber so viele Fragen, aber wir lassen die Welt sehen, denn es ist nicht, auch viele Menschen brauchen geschickt, private Fragen, aber lassen wir uns einen Schäuern fragen, die wir nicht mehr sagen. Lassen Sie sich an die Welt, also ich will kommentieren, suchen Schäuern, fragen etwas. Aber das ist eine gute Zeit. Jetzt. Wer will fragen? Der kennt doch ein bisschen euch die meine Fragen. Oder schreiben in den Schmissgästen. Einer hat mir geschrieben, privat, wie soll deine Kinder umgehen über den ganzen Prozess? Ich weiß nicht schon, wie du reden wegen dem, aber ich weiß nicht, ja, ich frage die Frage. So, um anders zu sehen, hat man gefragt, in der, in der, in der jetzt, ähm, wie sagt man das, in der, 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 he, in der, 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 in der Saare 활동en, Alles was dann ungenehm auf den Verkäuern, auf das Kuhl. Das ist ein Weg zum Leben. Das ist ein Weg zum Leben. Aber das kann man nicht gewinnen. Aber du hast auch gesagt, you know the truth when you hear it, right? So, ob du hast ein Kind, wo es mit Freiheit gibt, mit dem Leben gibt, wo es dann dagegen gibt. Es ist nicht so, es ist nicht so, es ist so, aber das macht sense, Ich helfe Menschen, die wollen, sei ob sie noch in der chassidische Welt sind, ob sie ein besseres Leben für sich, für ihre Kinder, für ihre Schleimbares, ist zu tun, dass sie so viele Wegen haben. Wenn ich meine Arbeit gegangen bin, ist es nur gewesen, dass sie eine andere Seite sind, dass sie so viele andere Optionen haben, zu tun, dass sie Menschen, die mehr mit ihnen sind, aber sie halten sich noch zusammen mit den ganzen Verzimmungen, und sie sagen, sie sagen, sie sagen, sie tun alle Wegen, wie sie Menschen sagen, sie tun sich die Kinder in der modernen Orthodoxen, die sehr schön sind, aber sie allein gehen noch mit der Leves, sie gehen nach Hause, so sagen sie das andere Optionen. Wenn Menschen kommen zu mir für Hilfe, ob sie wollen, sie wollen sie wissen, was sie zu leben, sie wollen immer, sie glauben, dass sie das Fundamenten sind, sie wollen nicht dann, weißt du, wie man sagt, ein schwerer Torch im Leben ist, wenn sie kommt ja schon dabei, es kann es andere zu brechen, es ist andere Bogen stärker. So wenn man hat der Support von einer, was versteht, was sie schon da noch gegangen ist, ist die Sache geringer, zu viel und sicherer, als wusser Torch mitnehmen, hat man at least die Chizik, die Support, die Guidance, sie es können machen, auch die beste Öffentlichkeit, was man kann. als eine Art noch Frage ist, ist jetzt die Zeit, aber ich schliess sie. Ich habe eine Frage. Kannst du ein bisschen ein bisschen wegen deiner heutigen Beziehung mit den Älteren? Äh, ja, so meine Eltern, also, ähm, meine Taten-Mama, auf sie hat keiner in Schmöher, so gehen ich mich nicht hin, in sie mögen ein wenig reden zu mich, aber meine Geschwister sind nicht erlaubt zu reden zu mich. So, ich bin der Älste von elf Kindern, und die jüngeren zwei haben sich ausgefiffen, so haben ja gerade zu mich, aber, ähm, äh, alle anderen haben meure, so, äh, viele sei, ähm, sei schüttef, sei, sei, Mann oder sei, Frau, haben zittern also, ob sie keinen rennen zu mir, keinen sei, homa, äh, schlechter Spur. Ja, schau, ja, das ist, äh, ist ja so schwer, ich, ich, ich verstehe, ja. Gerade, gerade bin ich gewesen, ähm, ähm, letzte, äh, letzte Jür noch peisig, bin ich gewesen in, in Tosch, äh, ich bin gegangen mit meiner Tochter, zu achassen, äh, in Dortmund haben sie auch gekannt, rennen zu mir, was sie nicht gewesen, also, man sucht, zu hoben Kontakt auf dem Telefon, so, gewinnen, also, per den Moment, und, äh, alle scheinen, aufgehen in meine Tochter, und ich, äh, in, in, ich habe gesucht von meiner Tochter, also, ich bin echt überrascht, dass meine Geschwister sind, und alle so scheinen, so, ich sei, erwarten sie, wenn sie scheinen zu mir, so, ich will dich wissen, als sie geht zu kommen, so, ich will dich, ich soll du da herkommen. Ähm, ich will leider eine Frage von der Schmisskessel, ähm, in Tosch haben die Meidler und Freunden gehabt, etwas in Verbindung mit dem Reben, äh, oder der Rebbe hat gerät mit den Freunden? Ähm, ähm, auch immer so an, zum Reben vor der Brüche, der Rebbe, äh, der Mann, der Nummer von der Frau vor der Brüche, aber, gewähnlich, äh, dachte sich, dass eine Frau nicht gekannt hat, haben keinen Kontakt mit den Reben. Ich bin nicht, 100% sicher, weil ich zumindest gewähnt kann, größer, ähm, ähm, in der Mensch als Sache gegangen zu werden. Ich hätte es, wenn ich auch nach Hause bin, aber, ähm, ich kenne es auch nicht 100% sicher. Ich meine damit schließen durch. Wenn euch gerade eine Frage ist, ob ihr euch gerne schreiben auf, äh, die Videos, die ihr darauf gehen, auf unserem YouTube-Kanal, oder ihr könnt direkt schreiben durch alle Linken, die ich auf die AR gestellt. Ähm, vielen Dank für den Kiemen, äh, es ist gewähn, sehr hartzig, und sehr, äh, Geschmack, äh, die ja auch ein bisschen, wie ich nicht ganz wie im Geschmack auf der Sache meistens, aber, äh, äh, der Ärzte sind mit dir. Äh, Dank, Dank. Ich gehe, actually, ich ziehe, like, noch einen Link, wie man kann mich direkt, direkt, direkt kontakten, auf Instagram, weil, bei einer hat, Instagram ist, is the easiest, Weg, zu kontakten, auf dem, auf dem Platz, weil es wird ihn, checke ich ganz oft. Ich kenne es wirklich, manchmal jeden Tag, aber, der geringste Weg, macht sie kontakten, ist auf Instagram, auf der, auf der, geht, sehr Dank, sehr gesehnt. Sehr gewähnt, äh, größe Dank bei jedem einen. Das war's.